Hi, hi, da sind wir, zack, im Kampf. Da, wo es zuletzt geendet hat, da geht es weiter. Oh, jetzt habe ich das hier verstellt. Jetzt hast du was verstellt. Keine Ahnung, beim Plus und das Schloss. Dann renne ich weg. Das war's. Befolgt einfach meine Befehle. Wir werden die Gormak schon bald erledigt haben. Der Großteil der Gormak-Horde ist in den Gängen vor uns. Sie werden zur Verteidigung ihres Königs eilen. Wir sollten Jokals potenzielle Verstärkung eliminieren. Viele Kommandos würden beim Einsturz der Höhle sterben. Die Gormaks allerdings genauso. Das klingt vernünftig. Wir stoßen wieder zu euch, wenn es erledigt ist. Er will mit uns rumstoßen, hat er gemeint. Naja, ob die mit bei sind oder in China fällt ein Sack Reis rum. Meinst du? Hm. Ich mag Reis. Das macht salzendurch Spaß. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich Naturreis viel, viel leckerer finde als irgendeinen anderen. Hm. Der ist so kräftig und fluffiger irgendwie. Hm. Härter. Hm. Wieso nicht so gleich sofort weichgekocht und matschig gekocht? Irgendwie lüftet ihr alles seeflüssig. Ich weiß gar nicht warum. Weil wir keinen Bock haben. Nee, auch meine... So von der Aktivierung der Skills... ... und meine Serververzögerung springt auch ein bisschen hin und her. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich Probleme mit dem Internet? Was, du? Wiss ich nicht. Solange ich spielt. Und dein Rechner hat auch mal keinen Bock. Was sind deine Fährte denn eigentlich? Nur mal so als Frage. Sie gestorben? Nö, als Leben wird sie mir angezeigt. Kann die aber auch nicht anklicken. Nö, die ist auch nicht da unten drinne. Wo ich sie sonst so mal anklicken könnte. Auch jetzt ja. Tut gut, ich mal die Beine. Ich bin tatendurstig. Wie, die hat's dir angezeigt, wie gar nicht da, oder wie? Mhm. Aha. Mir ist angezeigt, sie wäre da. Hm. Okay, wundern Sie, dass hier alles so zähfisch läuft, wenn die nicht dabei ist. Ja, mich hatte ich bloß gewundert, weil der andere, der vorhin hier noch mit in den Katakomben war, der stand auch einfach bloß rum. Wie, der stand einfach nur rum? Na, er hat nicht gekämpft. Aha. Stand da und, äh, der hier fährte, ist dann schon gestorben und dann hatte ich den innen da noch rumgebrochen und dann hat er, auf jeden Fall konnte er sich wieder bewegen. Ich hab dann so ein bisschen komisch gefunden. Alles sehr merkwürdig hier. Merkwürdig. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Trappelt denn das hier in der Kiste? Beim Höhleneinsturz getötet, die Dormagressivisten wurden zerquetscht. Ja, hier siehst du, bewegt sich ja nicht. Entschuldigung, ich musste niesen. Ach so. Oh. Ich dachte, das ist schon wieder... Ne, ne. Ja, ich bin heute und die letzten Tage ein bisschen langsam mit Spielen unterwegs. Langsam mit Spielen unterwegs? Was heißt das? Du brauchst Ewigkeiten. Ja. Weil ich immer stehen bleibe, weil ich irgendwo Nase schnauben muss. Ach so. Wir werden die Sterne nie erreichen. Die Mystiker haben euer Scheitern gesehen. zu sprechen als hätte er das wissen eines mystikers das ist ein sakrileg ich habe kein wort verstanden sind eine heilige gabe die nur mystiker haben sie sind nicht für bestien wie ihn bestimmt woher habt ihr diese kraft wie setzt ihr sie ein das dunkle herz ist ein böser ort alle die in seine nähe kommen werden verrückt keine kehrt von dort zurück klar war doch schon da wenn wieder hier das war ja easygoing ach da ich habe ihn gerade gesucht ich töte euch wenn ich mit euch fertig bin bis dahin tut ihr was ich sage ich verabscheue dramatische pausen wenn ihr den tod wollt könnt ihr ihn haben wir werden telsen fall von kotal des tod und eurem sieg berichten ihr solltet auch euren leuten in woska bericht erstatten ihr habt unseren dank aber nun geht aber wir können doch nicht gehen wegen schwarzem bildschirm ich kau noch mein gott du sollst nicht essen nebenbei nein nein aber ich esse doch meistwaffe ja und haben wir doch schon rausgefunden so vier kalorien ist lieber aus dem big mac die ist aber du kannst dich doch auch muten und essen ja da müsste ich aber aufstehen und los da genug wo weit her holen macht das doch während den zwischen sequenzen genau erstmal anderen herrte ente machen lösen jetzt müssen wir den ganzen weg wieder zurück laufen oder wir porten oder war jetzt zwischendurch noch mal ne wir war zwischendurch noch mal was ne weiß ich glaube ja ich bin bereit guck mal die hatten rosa lichtschwert meine hat orange orange gelb und ich habe gelb orange blass violett was echt jetzt äh du hast doch aber auch gerade äh orange gelb ne das war von äh fährten ich habe doch gerade drei gesehen gut so weit ist es schon gekommen jetzt was du schon doppelt und dreifach siehst ich hatte doch mein lichtschwert ja nicht draußen wo ist doch gerade so aus was ist denn das hier weiß ich nicht oh weißt du den schon mhm ich konnte jedenfalls nix ankrabbeln ich bin tatendurstig betrachtet mich als ausreichend motiviert meister ja wir kommen ja aber ja ich werde so langsam maul voll wisst du denn eigentlich ja ich bin es auch schon muss ich ehrlich sagen na man merkt dass heute nicht so die motivation vorhanden ist naja nach einer bestimmten zeit hat man sowieso irgendwann so auf zu quatschen so mit dem pappen maul und ja was haben wir sonst bei sechs folgen nicht ne eigentlich nicht aber ich hab hunger ah es stört oh ja das kenn ich tut schon weh wann hast du denn zuletzt was gegessen na mittag aber halt suppe ja ist ja nicht viel ne ich hab bloß eine suppe hieressen also einen teller aber es war weiße bohnen eine tolle suppe die sättigt ja eigentlich ja war denn noch kassler drin magerer kassler natürlich wie viel müssen wir denn jetzt hier gefühlte hundert mindestens sind schon hundert und jetzt oh du stirbst ja hier schon wieder gleich mal schnell heilen hier ja du bist ja blöd oh hier ist ein bereich hier ist ein bereich oh mir tränten schon wieder die augen ich musste wieder niesen nein doch was müssen wir jetzt hier machen hier oben irgendwas ja wir kommen ja ich bin schon da ja lecker brutzel go mark ich bin gerade das schweine meister Schmerz ist so wunderbar Du, das ist wie bei Man in black, eigentlich so ein Blitzdings. Die vergessen, er narrowbert zu wollten Aha Zu flach? Nöööö Ich weiß, da hat der Lache-Klangs, total komisch, aber... Ach, die wie überhaupt ne abstochen Aber, ähm, ich weiß nicht ob ich das jetzt erzählen kann Ich habe ein Stück Maiswaffel zwischen den Zehen und habe währenddessen in meiner Zunge das gerade versucht rauszupiebeln. Achso. Deswegen, ähm, ja. So komisch gelacht. Ja. Sind wir jetzt hier fertig? Hier unten, ja. Aber zum Porten kann man immer noch nicht. Weil? Zwischendurch noch was ist. Wo ging das? Achso, dieser alter Dings da. Ich habe letztes Mal trotzdem, glaube ich, geportet und bin dann dahin gefahren. Obwohl, er musste wieder zurückfahren. Ja. Ah, ist alles doof. Das ist so, ähm, wie man es macht, ist es nicht richtig. Deswegen sage ich ja, das hier ist eine ganz beschissene Stelle eigentlich. Ah, hier sind Menschen. Wieso willst du als Mensch bezeichnen? Andere Spieler sind hier. Wieso sind denn hier andere Spieler? Sind hier sonst auch immer andere Spieler? Ich dachte, ich spiele das hier alleine. Warum hast du mich denn dabei? Stimmt, jetzt wo du sagst. Oh, ist das spooky. Voll spooky hier. Hm. 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 Da hat er ein neues Wort gelernt, das er gleich zweimal wiederholen musste, um es, äh, zu unterstreichen. Mhm. Jetzt habe ich nicht neu gelernt. Das kenne ich noch von früher. Spooky Mulder. Kennst du nicht? Ne. Von Akte X? Ich habe nie Akte X geschaut. Doch. Hallo, Mensch ohne Fernseher. Und die Bildungslücke, die wächst und wächst und wächst. Was, was, was bringt mir denn Akte X im Leben weiter? Das muss man hier sehen haben. Ja. Okay. Jetzt habe ich es, stell dir mal vor, ich habe es gesehen. Und was jetzt? Ja. So wärst du nie auf Spooky gekommen. Das ist auch kein schönes Wort. Du hast ja keine Ahnung. Übrigens drehen sie Akte X bald weiter. Ach so scheiße. Ja, ja, ja. Gibt wieder Serien davon. Nicht Främi, ja? Ja? Mhm. Das ist mit der alten Besetzung. Mit Mulder und Scully. Mit der alten. Mit der alten. Mit der alten Besetzung, ja. Främi. So, jetzt nehmen wir das ab, damit wir dann wieder da hinten hin können. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Nach dem Kampf. Wieso wer will denn kämpfen? Die hier. Gut, bis morgen. Ciao, ciao. Adios Amigas. Uno. Vielen Dank.